Eigentlich aber nur 3. Also dreht den Sound nicht ganz so laut, dann habt ihr da auch ein bisschen mehr Spaß dran und schreibt nicht die ganze Microfaggots in die Kommentare, obwohl doch, macht es. Haut rein! Pass auf, im Walmart müssen wir jetzt direkt wirklich full echo, ok? Da ist die Gegner jetzt auch am Smurfen, das wird ein Spaß. Müsst ihr definitiv auf Dings mal umstellen. Alle ohne was? Ohne so'n Coin halt. Kein Englisch. Zum Beispiel 5-Jahres-Medaille. Ja, die haben echt alle keinen Coin. Das heißt immer, dass die Accounts neu sind und dann ist die Chance so, dass das auch immer die Accounts bei Hacker sind. Oder Hackers-Murfs. Also ich zeig euch mal wie das geht, Rebi. Du gehst jetzt ein bisschen lang raus und wir ownen die einfach. Wir stehen aber ziemlich B, Bieber, oder? Ja, die anderen, aber das ist egal. Das ist Wayne. Attacke. Ich werde jetzt so gut Carri-Track, aber ich möchte, dass du mich auf den Armen drängst. Kopf oder was? Oder woher schießen? Cool Fire, Leute. Jetzt einfach Gasen, schön Rebi, Hassin. Blow in der Smoke! Wow! Alles klar, eine nach 10, eine nach vorne noch und eine nach uns. Oh! Oh, steigiges Deal. Hab ich doch gesagt. Ich hab übel die Beine weggeschossen. Oh, der Steig ist der neue Surings. 3 Fraks direkt. 2 Fraks, sehr lächerlich. Lower Carters ist nichts, ne? Der ist... Der Steig ist aber ein richtiger Frak geiler Motherfucker, völlig. Der hat auch schon eine Fire Servant in der Hand. Cut! Achso, aaah. Langes Clear, Leute. Ist das gut, dass die Bombe alleine Short geht? Ja, klar ist das nice. Siehst du doch. Folgt den Headshots. Ne, eigentlich ist das gar nicht nice, aber... Ich smoke den Shit. Was denn? Was gut? Nice. Kannst du damit eh kurz kommen? Ich hab ihn direkt gemeldet. Mache ich jetzt das Leben schwer. Einfach so aus Prinzip. Also nichts dabei. Alter, ihr Pferd da. Was macht ihr da? Irgendwie ist mir das ja alles ein bisschen zu Frack geil. Ich lass mich jetzt wieder lang holen. Wo ist der denn? Los! Ich glaube, wo er steht, man. Oh! Leute, irgendwie läuft bei mir das so richtig. Haha, steck du Hurensohn. Ich leg dir. Brauchst du nicht, Alter. Da, Alter! Lenk mal lieber deine Klamotten ab, du kleine Fatze. Ey, wie lang, lang, lang mit Gas, mit Feuer, mit Zorn, mit... Keine Ahnung, Alter. Mit String-Tanker. Das Ding ist, irgendwie hab ich gerade mega die FPS-Probleme. Ich guck die ganze Zeit in meine Elcon machen nebenbei Fracks. Ey, hast du noch irgendwas... Hast du vielleicht noch ein Stream-Youtube-Video? Irgendwas? Ja, da vorne. Ei, ei, ei. Der ist Lothar-Kar gegangen. On-Spot. Verschieden schon. Oh, ne! Ich hab' nichts gesehen. Alter, bei mir läuft es richtig gut drauf. Lol. Ich lass' mir doch mal die Cracks hier. Ja, was ist? Finde ich ein bisschen unfair, ne? Was denn? Ja, auch mal ein bisschen chillen. Chill doch mal. Guck mal, Syrix, Alter. 8-0. Ich hab' da kann man sich meine Arme gönnen, wenn's hier so gut läuft. Was kriege ich, wenn ich nicht einmal sterbe in dem Match? Weiß nicht. Vielleicht ein... Blowjob? Von wem ist die Frage? Oder nein. Mein... Nein, das ist... Das willst du doch eh loswerden. Ja, ich hab auch mal kein anderes, Alter. Ich bin ein fucking Penner, Junge. Der ist greedy. Ach, guck mal, der hat ne Scout, oder was? Oh, lol. Wie war das? Wow, okay. CT steht. Bombes gedroppt leider. Ja, sorry. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. War das nochmal da oben? Ey, die Bombe ist unten. Ehrlich? LOL! Haha! Stegi, was hast du getan? Äh... Easy. Stegi, da... Äh, der... Ja, Vacation ist bald real bei dem Dude. Mann, jetzt ist ich wieder drin. Oh, er steht schon... Wow! Oi, 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 oi. Ui, ui, ui. Das war aber jetzt Bibas schuld, oder? Ja. What? Uh, wir stehen gut für B... Ja, 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 mhm. Ich kann die B-Smoke. Was, du kannst die B-Smoke? Ah, ich hab... Die, die ich mal meinen Basics gezeigt hab, die über Kante. Hm, was? Keine Ahnung, ich werfe den mal gegen die... Ey, guck mal, ich zeig euch mal, lass mich mal vor euch. Ich zeig euch mal hier die ultimative Pro-Taktik. Okay, ich bin gespannt. Die Runde ist sowas von verloren. Nord, Mann. Guckt jemand Lower Cuties? So, und ich... Eine... Ach, sie... Wir sind schon drin. Klar. Ich auch nicht. Biber rennt einfach durch. Ich war einfach blind. Oh Gott, ey. Biber, auch mal... Also... Hat das einer? Ste... Hallo? Oh, Stegi! Nein, er... Ah, gut, das war aber auch Low. Hab ich gehört. Wo ist denn der? Der ist unten an der Treppe. Komm, Izzy hat den Izzy. Komm. Oh, zwei Cutters, zwei Cutters. Wirf die HE! Perfekt! One-Shot! Ah, Stegi, der... Revi, 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 die gehen... Jaaaa! Ach so. Ja, ja. Revi, Gas mit Feuer. Der ist schon raus, der ist schon raus, der ist schon raus. Also wirklich raus. Das ist der übelst gute Move, der rafft gar nichts. Im Vorwärts! Ohohoho, Revi! Der trifft sogar. Es ist doch lächerlich. Aber Revi, ich frag mich, wie machst du das eigentlich, dass du im Vorwärtsducken laufender... Das macht der immer, Mann. Und der immer geht der rein. Der ist schon wieder vorne, Mann. Der ist schon wieder vorne, Mann. Der ist schon wieder vorne, Mann. Ey, dieser Shave. Revi, rechts, 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 rechts schon. Schön, 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 schön. Jetzt links an der Kante. Links, 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 Revi. Mit Scout. Push ihn einfach um. Ich glaub, er ist nicht in der Smoke. Ne, glaub ich nicht, glaub ich nicht. Kannst da mal durchschießen und gucken. Da ist er drin. Ich hab ihm Header gegeben. Was ist denn das für ein Spiel? Lol. Vor allem, wie er ihm kippt. Loll. Vor allem, wie er ihm kippt. Loll. Vor allem, wie er ihm kippt. Loll. Loll. Der ist K. Lol, Alter. Immer noch K. Ist K. Erstmal hol ich den lang. Ja, er kommt. Wie ein Elefant. Ja, komm. Der war K auf jeden Fall. Der ist nicht mehr K. Der ist vorne links, äh, CTs. Ah, was willst du mir H ansagen? Das ist kein Zeltfall, ne? Hahahaha. Er ist nicht mehr K. Er ist nicht mehr K. Ich hab extra mal hinterher gesagt, das ist kein Zeltfall. Hier, als er schon tot war. Nice. Ey, ihr könnt mal B gasen, aber mit, mit diesmal mit, ich weiß gar nicht. Tag 9, oder? Ne, ich wollt grad sagen mit Cherry Coke. Auf geht's. Was ist was? Ich pulle meine Tag 9. Was ist denn ein Cherry Coke, Alter? Cherry Coke ist ein nice Getränk, Dude. Ja, Digga, aber ist das irgendwie ein Code für irgendeine Waffe? Nein, Mann. Oder eine Kombination? Nein. Ich kann doch sagen, gas mal B mit Tischdecke. B ist frei. I'm throwing a flashback. Flashback. Fender more window. I am blending the bomb. Oh, der Izzy hat einfach mal... Oh, has been quiet. Also, es geht gangbanged. Cutters, kommt mit P90. Ich gehe jetzt. Krass. Alle gucken einfach Cutters. Warte, dem guck ich zu. I'm throwing a flashback. Digga, Mann. Achtung, den hol ich mir. Digga, mach doch keinen Müll. Guck mal bitte einer durch. Oh, los, 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 los. Zwei Leute Tunnel. Weißt du, wo Katas ist? Zwei Leute Tunnel. Zwei Leute Tunnel. Egal Ey, bei mir läuft's so geil Ey, 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 ey Ey, ey, ey Oh, Mann, wer ist denn hier der Spielverderb? Hör doch jetzt bloß auf, Alter, mit so'n Scheiß Was? Alter, ich hab gesneakt der Spasti Wo ist er denn? Dort war einer Also das war der Ding. Passt auf, passt auf Okay, das gibt'n, huuuuh 80kp Alter, Biber, krass Ja, ja, ja Lieber, wusstest du, dass wir mit dem Platz am Netz Lock mich nicht Und ja, danke Mann, wir holen's, Leute Katas kommt Ich lege Oh, Dorf Toll, danke Habe ihn Wo kommt man hier eigentlich hoch? Das ist ein nettes Buttermesser Was ist das für ein Nice? Soll ich mal Account wechseln, dann spielen wir das Spiel nochmal Check mal dein Nice Mit Gas, mit Gas Mit viel, viel Gas Ey, aber was ist denn das, Mann? Dieser Shade, der regt sich so auf Zwei lang noch, zwei lang Ich würde mal Maus vier Leute, wow Wow Okay, dass der noch reingehen, krass Ja, aber die Gegner haben schon fünf Runden, ne? Ja, so langsam wird's echt lächerlich, Leute Lass mal jetzt wieder rein Wo ist die, wo ist die Waffe dann? Ja, Stegi Na hol den einfach, ich will Der 30er-Fähiger-Fähiger-Fähiger Nice Jetzt hat er noch, jetzt hat er noch drei Geil Unser bester Spieler lebt ja noch Hihihihihihi Oh Mann, easy Fick dich Würdest du safe-collen, dass du jetzt noch gewinnst, Bieber? Nein, mit dem, mit der Also ich würde gerade mein komplettes Inventory Ja, komm, mach's doch Weil was ist wenn ich jetzt Okay, pass auf Wir machen jetzt n' Deal Wenn ich die Runde hole Was ist wenn du sie nicht holst? Wenn ich die Runde hole muss Rewi mir hunderttausend Subs auf YouTube draufschippen innerhalb von einer Woche. Gilt das? Gilt das? Gilt das? Gilt das? Wie soll ich das machen? Weiß ich nicht. Hier ist kein Problem. Hier ist Pro Basics. Nimm niemals die AK, die da liegt. Haltet die B90. Hast du das gegen die 94? Ich? Nein. Gut. Wie die selber immer. Schade, die kommen beide raus. Da sind deine 100k weg. Ah, damn. Nicht umdrehen. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Einfach drauf. Der dumme Muselsohn, ich hasse ihn, ne? Die Banator ist stroing for Skins Mates. I'm droing. Hello, hello. I have tits. Hello, I'm a girl. Yes. Ja, Jungs. Eigentlich zwei lang. Einer Short, einer Mitte, einer B. Oh, ich allein auf A. Nice, nice. Geil. Das ist gut. Das ist geil. Ey, ich kenn das gar nicht so. Wir gehen immer so weit auf B. Wir sind halt die B-Freunde. Wir sind halt B-sexuell. Oh Gott, aller Mitte. Göttlich. Einer Xbox unten. Okay, der ist draußen. Lassen Sie bei alle drei Mitte gehen, Stegi. Super, ja. Jetzt ist keiner mehr sehen. Auch gut. Ja, die kommen auch kurz. Ja, die kommen kurz. Ja. Sicher? Lange ist auch noch einer. Nö. Pitch ist ja gesprungen. Rechts unter dir? Was denn? Was für'n Call. Ja, genau. Unter mir was? Rechts unter dir. Achso. Hilf mir. Stegi. Bitte. Muss um die Ecke. Ich hab dich nur gebraucht, dass du den kurz mal anvloggst. Ja, jetzt, jetzt kauft ihr euch, jetzt kauft ihr euch alle Kevlar. Und dann UMP, oder? Aber, aber für mit ist UMP richtig scheiße. Hm. Wieso mit? Die UMP ist relativ präzise, würd ich sogar mal fast sagen. Aber auf Long Distance. Nein, mach doch die Damage. Stegi. Jetzt. Was ist mit diesem Searings mit der Mitte da oben? Das macht eine. Mitte oben. Habt ihr alle. Ey, geh doch mal down, alter. What? Erstmal stammen. Ach, da, okay. Mach ich. Das Ding ist, Stegi hat eh nen Aim-Bot. Was? Ja, ja. Ich seh das. Das bastelt ihm jetzt. Ja, gut. Jetzt verlieren wir halt sowas von. Ja, das ist auch grad, weil ich grad überhaupt nicht in Form bin, alter. 19 Punkte. Was ist denn jetzt? Komm, wir pushen einmal über A lang. Alle. Wo ist das? Alle? Okay, das ist alle. Gut, dann machen wir das mal. Probieren wir mal. Machen wir das nicht so. Machen wir. Und er ist natürlich der Letzte. Äh, nochmal. Das machen wir noch so, oder? Stegi. Ich hab's nicht verpisst ihn. Das ist was. Du wolltest mich schon wieder blocken gehauen. Nein. Ich war das. Boah, da überholt mich einfach einer. Ja, ich, man. Guck, seht ihr, wie die Angst haben? Wie die einfach beten, die Idioten. So dumm zu gehen. Oi, oi, oi. Das ist hier der Train, oder was? Oh! Leute, das ist doch gar kein Problem. Da ist Ecke. Ecke? Ecke? Das ist... Ja, Ecke. Meinst du? Das ist nur eine Bombe, ne? Hallo, hast du Angst? Ey, das hat nicht gebraucht, dass wir die Runde holen. Nein! Ey Leute, das waren voll viele Kills. Eigentlich aber nur zwei. Gefusen. 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 Ja, die sind süß. Oh Mann! Gefusen, schwäß. Warum ich? Hab ich. Das reicht gar nicht, oder? Doch, das reicht, hör bloß nicht aus. Nein, das reicht nicht. Das reicht locker. Oh mein Gott, ne. Oh mein Gott. Ja, hättet ihr mich mal... So, wer war jetzt der Hauptschuldige? Eigentlich... Syrinx. Derjenige, der mich getötet hat. Ne, Syrinx. Hat mich ja dann. Da hätte ich mal mehr was leisten, Alter. Oh Gott. Das ist das. Warum eigentlich immer ich? Oh! Oh! Sticky, wie geht's? Bitte oben. Sticky und ich renne einfach beide bitte. Gehen lang. Sticky und ich renne und drehen sich direkt. Gehen lang. Oh! Komm mal her, ich booste dich. Hey, hey. Okay. Ihr Noobs. Kommt, hoch. Ey, Revi, bitte nicht. Duckjump. Weißt du, wie das geht? Ducken, jumpen. Ducken, jumpen. Es geht einfach nicht so schnell, ey. Revi, bitte, geh doch hoch! Revi! Revi! Nein, der kämpft echt lang, Alter. Lang ist noch einer low. Oh! Zwei Mitte. Ich helf dir. Ein gezielter Schuss. Wie frackgeil der Biber von der Seite. Da flutscht die ganze Zeit. Einer noch A on spawn. Oh! Nice, Sticky. Nee! Habe ich. Hab ihn. Ei, 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 ei. Einer, der schoss in den Kopf. Einer, der schoss in den Kopf. Einer, der schoss in den Kopf. Ne! Wow! Hey, der schoss jetzt hier noch einen ... Nein, nein, nein! Ey, 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 ey! Hahaha! Verdient Headers halt wirklich. Es wird spannend. Die Ruhe, Alter! Es wird spannend. Let's go, let's go! Nein, Junge das bist du ne. Das war wohl für dich, für mich? Der ist so dumm. Oh lord ich hab Kettler vergessen. Oh lord, Kettler vergessen. Oh, hast du die Basics nicht gesehen? Ey gib mir Fullflash, hä? Ich hab keinen Bock gehabt, weil dieser spaßte YouTuber hat die ganze Zeit Werbung, Alter. Wo war das ein Headshot? Sofort Slowmotion, ich will ne Analyse, Reddit Posts machts alle sofort auf. Was hast du denn mit Reddit, Junge? Die machen immer Reddit Posts, wenn ich, dass ich cheate. Also hättest du dem jetzt auch nen Flick gedrückt? Das war wirklich predictable? Noob. Komm man, jetzt unser, unser Carry-Youtuber hier. Ey, du bist doch fucking wie bei NATO, man. Du musst doch jetzt reißen. Na ja. Echt? Lol, ich hab ihn jetzt nicht gehört, Alter. Das ist echt schlecht gewesen. Können wir den... Nein! Ey, ich sag, ich, ich sag's euch. Hallo! Wo ist der letzte? Auf B? Er ist okay. Der holt euch alle, ne? Ja lol, nice call. Rechts ist er. Ganz ehrlich, Bieber, das war eine reine Stunde. Habe ihn. Boah, Junge, Auto-Pump-Gunder, da geht ja nix. Oh, ne DK. Safari-Mech. Zack, 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 zack. Ich kann mir vorstellen, dass die lang sind, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Stegi? Ja? Da war keiner. Aua, warst du das grad, Stegi? Ne, das war von hinten, glaub ich. Alles klar. Hat das. Mitte durchpushen! Mann, das kommt wieder mit! Stegi, die Runde und... Mann, Alter. Die Runde ist... Ja, Stegi, was soll denn das? Ey, ich hab 80 AP gezogen. Alle Mitte pushen. Ja, wer ist denn da gelb? Halt dich an die Regeln. Hä, was, was, wo muss ich lang? Mitte pushen. Mitte. Ja, ich geh aber kurz, Mates. Ja. Wie von... Ich bin wieder in Laufen. Schon wieder. Einer auf Xbox, einer auf Xbox. Einer Lower Cutters. Ich bin das, ich bin das. Ach so. Ehhh! Lower Cutters, okay! Schmeiß die Grenade an. Lower Cutters, Leute! Dead Track M4 Guardian. Ich bin blind. Irgendwie hat mich geflasht. Das war der Typ vor mir. Uppermit. Ah die Bombe. Läuft. Hier steht immer noch gleich links. Oh. Zeig jetzt mal was dieser. Schön. Ich hab Videoaufnahmen, ich hab eben die ganze Runde gecarried. Ich war eben durch den Erster, hab alles geholt. Du schneidest das dann einfach so zurecht. Ja ich nehm sowieso hier nur die guten Momente raus. Ich hab ja gesagt, ich brauch noch ein paar gute Momente. Die hab ich jetzt. Ich schneide eh erst mehr in Matchmaking zusammen. Boah. Ernsthaft man? Ja ich hab halt zwei noch angekommen. Was hinten? Was? Ja genau. Wir werden uns dahinter sein jetzt auf peak oder wieder? Ja. Das ist der Run des Clowns. Er zweit eh noch. Gönnt ihr Mann. Blank Down Smoke. Oh Mann. Nein Mann. Es war so knapp. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So voll Mitte. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut so weh. Ah den hast du schon. Ja genau. Mitte steht. einer drauf. Da fliegt mir so hoch hier. Oh lang hoch. Ei au 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 au. Was lang kommt auch? Ah. In der Mitte steht er halt auch. Flachback. Junge die sind doch alle. Er hockt. Mitte. 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 Ja ja. Ich hab ihn. Oh der hat nur noch 30 AP. Der läuft zurück. Ich fick ihn. Ich fick ihn des Clowns. Direkt rechts. Direkt rechts. Ich fick ihn des Clowns. Einer noch C spawnen. Wo ist der letzte Mann? Wo ist er? C spawnen. Mann C spawnen ihr Fotzen. Wären wir grad wieder geblockt. War doch Stegi wieder. Nein. Nein das war ich. Hab auch erst 4000 Spielstunden. Sorry. Nein. T spawnen. Todesgang. Rechts. 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 Der ist schon rechts durch. Der. Ich hab ja gesagt. Er kommt links. Lass es spannend machen Leute. Oh mein Gott. Ey dieses Match alter. Das kannst du doch keinem erzählen man. Die haben mir noch nicht gesagt. Jetzt. Ich bin ein Jahr. Ja. Sirius gönn dir. Ja. Sirius mach jetzt einfach alter. Okay. Mach es doch jetzt. Digi wir beide pushen lang raus. Was? Nein wir pushen beige Digi. Komm. Ja okay. Mit der Scout Mann. Ja. Ach ich zwei. Nein. Die spawnen. Oh mein Gott. Das wird das Draw des Grauens. Ist sie. Ist schon alles. Ist schon alles. Ist schon alles drin. Wo ist er? Ich hab ein Uprank. Ich hab ein Uprank. Ich hab ein Uprank. Ich krieg mal wieder gar nichts. Okay. Okay. Nice game. Alana. Very nice. Yes. 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 Ich bin mit dem What? Ich könnte es doch in meine Hand.